Moin, hier ist Arne. Herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Video. Gute Nachricht für alle, die dann und wann mal in den Kommentaren hier unter meinen Videos oder auch im Blog gefragt haben, was ich für welchen Ausbauabschnitt sozusagen eingesetzt habe. Denn gemeinsam mit Paul von Passport Diary, Passport Diary kennt ihr vielleicht, orangener alter Mercedes-Bus, mit dem fährt Paul quer durch die Welt, Emma. Genau, mit dem Paul zusammen habe ich mich zusammengeschlossen und wir haben den sogenannten Camper Clan Shop. Blende ich euch ein und verlinke ich hier unten in der Infobox ins Leben gerufen. Der Camper Clan Shop ist gegliedert nach Wohnmobilausbau, Wohnmobilzubehör, ein paar Inspirationsmedien, also tolle Reisevideos und Bücher plus auch ein paar T-Shirts. Aber das Wichtigste ist der ganze Ausbau-Part. Das sind also alles Produkte, die wir selber einsetzen, von denen wir überzeugt sind und wo wir ruhigen Gewissens sagen können, dass die ideal geeignet sind aus Preis-Leistungs-Sicht und so weiter. Folgt also gerne mal dem Link, schaut euch da mal um, ob da vielleicht auch Dinge bei sind, die ihr vielleicht selber gerade noch auf eurer Einkaufsliste hattet. Die sind da jetzt erstmal alle drin und wir gehen jetzt alle Stück für Stück durch und ergänzen die um unsere persönliche Einschätzung und warum wir gerade der Meinung sind, dass die für den entsprechenden Einsatzzweck die beste Wahl sind. Vielleicht hilft euch das ein bisschen bei der Entscheidungsfindung, was ihr noch wie für welchen Einsatzzweck in eurem Wohnmobil-Ausbau braucht. Und ich sage schon mal Tschüss und bis zum nächsten Mal.